Musik Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu München tut gut. Heute aus Fürstenfeldbruck. Ein gemeinsames Mittagessen, wo man sich zusammensetzen und ein bisschen ratschen kann, ist eigentlich eine schöne Sache, die aber leider nicht für alle Menschen selbstverständlich ist. Sei es aus finanziellen Gründen oder vielleicht aus sozialen Gründen, weil man eben niemand hat, mit dem man sich an einen Tisch setzen kann. Und genau das will man eben hier in Fürstenfeldbruck in der Erlöserkirche ändern. Und zwar mit einem ganz besonders schönen Angebot, ein gemeinsamer Mittagstisch. Der muss allerdings erstmal vorbereitet werden. Damit pünktlich um halb eins das Mittagessen auf dem Tisch steht, packen alle mit an. Innerhalb von Minuten wird das Pfarrhaus zu einem kleinen Bistro. Seit Anfang Januar bietet die Evangelische Erlöserkirche immer dienstags ihren kostenlosen Mittagstisch an, zu dem alle eingeladen sind. Das Angebot ist für alle Menschen gedacht. In erster Linie natürlich für Leute, die in irgendeiner Form bedürftig sind. Aber eben, es können Leute sein, die sagen, ich habe Lust, nicht alleine zu Hause zu essen. Vielleicht kämpfe ich natürlich auch mit den Kosten. Aber es ist auch für jeden anderen, der Lust hat, einfach hier mittags gemeinsam zu essen. Weil unser Prinzip ist, wir machen keinen Unterschied. Wir alle sind bedürftig in irgendeiner Form. Und mir selber macht es auch großen Spaß, hier mit anderen Leuten Mittag zu essen. Insofern ist jeder willkommen. Schön, ja, weil die Gesellschaft, das ist ja das, was es am Ende so ein bisschen ausmacht. Wir essen ja alle gerne in Gesellschaft. So ist es. Und das war lange Zeit jetzt einfach auch in Corona-Zeiten nicht möglich in dieser Form. Und das sagen auch viele Leute. Das war einfach eine sehr, sehr harte Zeit. Und sie freuen sich jetzt hierher zu kommen und hier mit anderen Menschen zu essen. Und die Stimmung ist eigentlich immer ganz gut und insofern genieße ich es. Das Essen kommt von der Diakonie Oberbayern-West. Heute auf dem Speiseplan Pichelsteiner Eintopf. Das sind, schau'n's her, das sind Karotten, Erbsen, Fleisch. Schau'n's, so schaut das aus. Riecht auch gut, ja, genau. Es wird bestimmt gut angenommen. Das glaube ich. Wie viele Menschen kriegen Sie jetzt damit satt? Ich glaube, die Portion, die hat 30, 35 Portionen. Letztes Mal haben wir, glaube ich, 25 da gehabt, die wo mitgegessen haben. Jetzt schauen wir mal, wer heute kommt. Was hat Sie denn hierher gebracht, dass Sie jetzt hier mithelfen? Ach ja, ich bin ja bei der Kirche. Ah. Und bin ja in Rente und dann hilft man halt gern. Schön, ja. Was gibt Ihnen dieses Projekt denn vielleicht auch? Warum ist das auch für Sie ein schönes Projekt, wo Sie sagen, dass jetzt nicht mehr ist? Und die, wo es halt nicht so gut geht. Und bei uns ist es ja so, da sind ja viele von uns die Mitarbeiterinnen und die setzen sich dazu, die sprechen mit denen. Da ist ganz eine lockere Atmosphäre. Auch mit an Bord die Lebensmittelretter Fürstenfeldbruck. Egal ob Obst, Gemüse oder Fertiggerichte, hier kommt nichts weg. Wir haben verschiedene Partnermärkte im ganzen Landkreis, die eben nicht wollen, dass die Sachen in der Mülltonne landen. Und immer an den Tagen, an denen die Tafel nicht holt, also das ist ganz wichtig, wir holen nachrangig die Tafel, an den Tagen kommen wir und retten die Lebensmittel. Das heißt, wenn die Menschen hier gehen, dann teilt ihr noch aus oder wie läuft das ab? Genau. Die dürfen sich dann hier, also die haben meistens schon eine Tasche dabei, ansonsten haben wir von der Diakonie Taschen. Und dann dürfen die sich hier einfach was aussuchen und das mit nach Hause nehmen. Und selbst Blumen, das finde ich ja nett, das sieht man eher selten. Also Obst, Gemüse und so, ja, aber Blumen rettet ihr auch. Ja, ja, ja. Auch Topfpflanzen, also wir haben ganz viel, wir haben auch oft auch Ideen oder so und da sind die echt immer total begeistert, weil das kauft man sich natürlich nicht, wenn das Geld eh schon knapp ist. Was machst du da so für Erfahrungen mit der aktuellen Situation? Ist es mehr geworden? Ja, ja. Also wir merken es auch bei uns im Verein. Also wir haben angefangen vor eineinhalb Jahren und mittlerweile sind wir bei fast 900 Mitgliedern. Also gerade in den letzten Monaten ist es echt brutal explodiert. Was die Menschen dazu bewegt, zu dem gemeinsamen Mittagstisch in das Pfarrhaus zu kommen, das erfahren sie gleich nach einer ganz kurzen Pause. Der Pfarrsaal ist fertig gedeckt für die Gäste. Lagebesprechung und letzte Anweisungen. Wir machen es wie immer, dass wir anfangen, dass sich alle erstmal setzen und zwar auch wirklich bitte auch wir alle erstmal setzen. Dann setzen sich auch die Gäste, dann spreche ich ein kurzes Tischgebet und dann erstmal die Teller nicht zu voll machen. Dann können die Leute lieber immer sich wieder nochmal neu nachholen. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr alle mitmacht und dabei seid und anpackt, dass wir so ein starkes Team sind. Vor der Türe hat sich mittlerweile eine Schlange gebildet. Die meisten von ihnen wollen allerdings unerkannt bleiben. Pfarrer Wendeburg spricht noch ein Tischgebet und das gemeinsame Mittagessen kann beginnen. Herr himmlischer Vater, danke für das Essen, für die Gemeinschaft hier, für alle, die heute hierher gekommen sind, für alle, die vorbereitet haben, für das gute Essen und dafür, dass wir hier in Frieden und in Sicherheit zusammen heute dieses Mittagessen essen dürfen. Ich bitte dich, dass du uns beschützt auf all unseren Wegen, wenn wir dann wieder nach draußen gehen und nach Hause gehen, dass du bei uns bist und gib uns jetzt ein... Karl ist heute zum ersten Mal mit dabei. Ich darf mit ihm essen. Und wie schmeckt es denn so? Fantastisch. Spiegelsteiner ist wunderbar. Ja? Eines meiner Leibgerichte. Super. Wo kriegst du heute noch was umsonst? Also auskostet, in einem viel Geld. Und das Schöne ist ja auch, oder, so dass man hier so zusammensitzen kann und ein bisschen miteinander reden kann. Genau, genau. Ja. Ich bin mit der Dame schon bekannt gemacht. Schön. Ja, ist doch nett. Ja, wunderbar. Und wenn ich fragen darf, was bringt Sie in die Situation, dass Sie hierher kommen? Ja, ich bin Rentner. Ich bin Rentner und schaue halt immer, wo ist was geboten oder was. Also von der Tafel habe ich keinen Anspruch. Der Betreuer gibt meiner Frau und mir immer Taschengeld. Ja. Aber wir heizen nicht. Aber wir heizen nicht. Nein. Wir wohnen außergewöhnlich, meine Frau nicht. Meine Frau hat das Haus geerbt. Aber wir heizen nicht. Also es ist sehr kalt. Wir schlafen mit Kleidung und so. Also wir können dann für das Haus vielleicht 6000 Euro zahlen oder was, wenn man das heizen. Ja, vielleicht jetzt wird ganz viel. Aber das ist halt, weil Sie das quasi sparen wollen. Ja, genau. Na, dann tut ja so eine warme Suppe doppelt gut, oder? Meine Frau ist bloß nicht mitgekommen. Ja, wo ist die? Weil sie ist zu Hause. Sie hat gesagt, da musst du dich schämen. Die kommt nicht mit. Aber sie hat gesagt, da musst du dich doch nicht schämen. Ganz so locker wie Karl sehen das aber nicht alle. Viele schämen sich, ein Gratis-Mittagessen anzunehmen. Wobei es dafür eigentlich keinen Grund gibt. Denn in der Erlöserkirche sind alle willkommen. Also ich kann vor allem sagen, dass einfach wirklich mehr Leute kommen. Auch Leute, bei denen man es nicht denkt. Und das Problem ist natürlich auch, viele dort trauen sich das auch nicht so zuzugeben. Und deswegen soll das hier auch eigentlich so ein geschützter Rahmen sein. Die Kirche hat auch doch nochmal so einen Vertrauensvorschuss, dass man weiß, bei der Kirche kann man hinkommen. Da ist jemand, da wird in irgendeiner Form geholfen. Und insofern haben wir schon gespürt, dass einfach mehr Bedarf da ist. Und ich bin dann ab und an mal rübergegangen zur Brucker Tafel, die gegenüber von uns wohnt, wo wir auch mit den Konfirmanten hingehen. Und habe gesehen, wie die Schlangen immer länger werden. Und dann habe ich gedacht, wir haben ein warmes Haus hier, was offen steht, was geheizt wird. Lass die Leute doch herkommen. Was ich besonders schön fand, war so zu merken, wenn man so in die Runde geschaut hat, man weiß ja eigentlich nicht, ist das jetzt ein Helfer, ist das jemand, der hierher kommt zu essen. Das ist bewusst so von Ihnen auch gesetzt, oder? Vielleicht können Sie da nochmal so ein bisschen Ihre Idee dahinter erklären. Nein, absolut. Also das ist natürlich auch eine sehr tiefe christliche Überzeugung. Wir sind alle gleich, eben wie ich es auch gesagt habe. Wir sind auch gleich bedürftig in gewisser Weise und auch oftmals unverschuldet in bestimmte Situationen reingekommen. Und hier dürfen wir alle an einem Tisch zusammenkommen. Das feiern wir im Gottesdienst, aber das muss auch irgendwo praktisch sichtbar werden. Für alle muss die Tür offen sein. Und tatsächlich das Schöne finde ich eben, man kommt hier rein, man weiß nicht, wer ist jetzt hier Gast und wer ist eben Helfender. Und auch die Helfenden haben wir doch alle eine unterschiedliche Motivation, hier mitzumachen. Und insofern ist es auch vollkommen zu Recht, dass hier kein Unterschied gemacht wird. Und ich kann es immer nur wieder betonen, alle sind herzlich willkommen. Jeder kann hier gerne mitessen, aus welchem Grund auch immer. Die Türen stehen offen. Ein Konzept, das aufgeht. Eine Stunde lang wird geratscht, gegessen, Kaffee getrunken. Ein Austausch auf Augenhöhe und mit einem offenen Ohr. Der Pfarrer und die Ehrenamtlichen hören zu. Im Pfarrsaal ist Raum für jede Geschichte. Auch für die von Gregor. Seine Frau hat sich scheiden lassen. Seitdem lebt er alleine. Zu Hause alleine zu essen vor der Glotze oder vor dem Computer ist traurig. Einsamkeit ist praktisch das Gleiche wie eine... Das ist praktisch eine Krankheit. Absolut. Einsamkeit macht hungrig. Ich merke, zu Hause, wenn ich alleine sitze, dann esse ich Unmengen von Nahrungsmitteln, die ich normalerweise nicht essen würde. Einsamkeit macht sehr hungrig. Ja, komme ich, esse ich meine Suppe und ich bin satt. Und man kann mit anderen Menschen gemeinsam essen und reden. Richtig. Ja. Ja, schön. Wunderbar. Also man kann seine Einsamkeit für eine kurze Weile vergessen. Michael Mayer ist heute zum ersten Mal aber mit vollem Elan als Helfer mit dabei. Seine Motivation? Erstmal liegen mir Wohnungslose und Schwache immer am Herzen. Und ich wurde einfach beim... Ich weiß nicht, ob man das wirklich selber am Herzlichkeit nennen kann, aber das ist eigentlich schon, was mich antreibt. Beim Herzlichkeit leisten. In verschiedenen Weisen. Aber dann nicht drüber reden halt. Sondern einfach aktiv dabei sein. Einfach machen. Manchmal hat man so Gefühle, Mai, Münchner Umland, da gibt es solche Probleme nicht und das stimmt einfach nicht so. Da muss man ein bisschen hinschauen und gerade viele Leute klopfen doch am Pfarrhaus und fragen, wir sind in Not, haben Hunger, Kleidung und was weiß ich, was sie so brauchen oder eben auch ein offenes Ohr. Da habe ich gedacht, jetzt ist der Winter, die Situation, die Lebenssituation wird für so viele Leute gerade wirklich richtig schwierig aufgrund der gestiegenen Kosten und anderer Dinge. Dass ich gesagt habe, sowas brauchen wir auch. Für heute ist der Pfarrer zufrieden. Rund 30 Gäste waren da. Die meisten von ihnen wollen nächste Woche wiederkommen. Für das Team heißt es jetzt wieder aufräumen und Servus sagen. Bis nächsten Dienstag. Nicht mal eine Stunde später und es sieht fast schon wieder so aus wie vorher, weil hier ganz, ganz viele Menschen zusammen helfen, dass dieses gute Projekt so wunderbar funktioniert. Noch bis Ende März, jetzt vorerst, gibt es hier dieses gemeinsame Mittagessen in der Erlöserkirche in Fürstenfeldbruck. Ich bin begeistert vor allem von dem großen ehrenamtlichen Engagement. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und die Infos, die gibt es wie immer online. Servus. Bis zum nächsten Mal.